Und damit seid gegrüßt, mein Name Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodon zu einer etwas anderen Room-Tour auf diesem Kanal. Ja, auf YouTube heißt es ja immer, auf YouTube ist ja Authentizität auch immer eine, auf YouTube ist Authentizität ja auch eine wichtige Sache, ist ja immer ganz gut, wenn ein YouTuber auch authentisch ist und so rüberkommt, wie er ist und sich so zeigt, wie er ist und nicht schauspielert. Und deswegen füge ich euch heute nochmal durch diese Wohnung und mit dem Spezialen Ding, ich werde das nachher sicher bereuen, ich werde es sowas von bereuen, ich bereue es ja jetzt schon, unaufgeräumt. Ich durfte vorher nicht aufräumen, ich durfte vorher nichts anfassen. Ich bin nur kurz durch die Wohnung gelaufen und habe das Nötigste weggeräumt, also offenliegende Quittungen, offenliegende Rechnungen, Briefe oder so weiter. Oder alles, wo überall irgendwie meine Adresse draufstehen könnte oder sowas. Halt irgendwie, ich bin mal kurz durchgegangen und habe halt alles aufgeräumt, was nicht zu sehen sein darf, versteht ihr? Und heute zeige ich euch mal hier die ganze Wohnung, so wie sie ist, ganz authentisch, nichts gekünstelt, alles wie sie im Leben ist, wie sie im alltäglichen Gebrauch ist. Ja, da sehen wir schon das Sofa, da haben wir hier auch schon die Kissen ganz unordentlich, da haben wir gleich eine Grabsecke, wo ich eigentlich nicht so sehr reinfilmen will. Hier haben wir eine Lampe, hier in dem Schrank, der ist eigentlich immer sauber, der sauber ist ja nicht, sind hier eingestaubt, aber da ist nicht viel nach unten führen will ich da jetzt nicht so. Da liegt vielleicht noch ein bisschen was in den unteren Abteilen vom Schrank, da liegt vielleicht ein bisschen ein Brief und so weiter. Hier haben wir gleich auf dem Boden, ja, so sieht es halt aus, hat der Zwerg halt nicht aufgeräumt. Hier ein bisschen den Adventskinder-Kalender ausgepackt und hingeschaut. Ja, packen wir es einfach mal jetzt an, hier einfach mitnehmen, einfach mitnehmen und dann muss es hier aufgeräumt werden. So, hier haben wir eine Krimskramsecke, da liegt alles mögliche drauf. Hier, ein Pflaster. Eine Ecke hier liegt eine, hier liegt eine kleine Tüte, eine leere Tüte, eine Ecke gewusstelt. Es ist authentisch. So sieht es aus. Ich habe euch was ordentlich hingebaut und nicht abgebaut. Das war mal eine Kulisse für ein Videometerrund. Da liegt noch ein Zollstock hinten. Das Kabel, die Kabelei. Ja, so ist das Leben. Der Tisch sieht aber sauber aus. Also, schaut euch mal diesen Tisch an. Also, der sieht normalerweise nicht so, nicht so dicker aus. Das ist also, das ist schon was Außergewöhnliches. Da habe ich mal geputzt. So, kommen wir mal hier raus. Ja, ihr habt es vielleicht im Schwenk schon gesehen. Äh, Pfandflaschen. Eine Menge Pfandflaschen. Ähm, ja. Wollen wir mal nicht zu sehr gucken. Hier ist die Tür. Ähm. Gehen wir mal in die Küche. Da muss nämlich das hier hin. In den Müll. Ja. 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 Ja, hier habe ich vorhin was verschüttet. Ja. Abweich muss gemacht werden. So. Schneller weg gucken. Den Müll müsst ihr euch jetzt wirklich nicht angucken. Das ist jetzt zu viel des Guten. Das ist jetzt. So. So schaut es aus von mir. Kurzer Blick hier hinein. Auch alles vollgekrempelt. Ja. Ins Schlafzimmer wollen wir nicht rein. Das wollt ihr nicht sehen. So. Hier. Hier hängt noch Wäsche. Ist trocken. Kann abgehängt werden. Hinteruzelt eine Ewigkeit. Das ist es. Ja. So sieht es aus. Nicht mehr aus. Tür wieder zurück. So. Hab das mal gesehen. Ich werde es bereuen. Es ist. So was darf man eigentlich nicht veröffentlichen. Tür queetsch. Ich hoffe ich habe im Video nicht aus Versehen irgendwas gezeigt. Was mich irgendwie verrät. Ich werde im Schnitt nochmal genau drüber gucken. Das ist Zwergi. Wie er lebt und lebt. Ja. Wer ohne Schuld werfe den ersten Stein. Wer jetzt hier in den Kommentaren raushaut. Wieso sieht es bei dir so dreckig aus. Der soll mir mal seine Wohnung zeigen. Komplett einfach jetzt. Einfach jetzt mal eure Kamera in die Hand. Euer Handy. Eure Handykamera in die Hand nehmen. Und durch eure Wohnung gehen. Und das filmen. Wer da jetzt eine. Top saubere Wohnung hat. Das will ich sehen. Das reicht mir mal bitte ein. Komplett jetzt sofort. Jetzt. Also jetzt nichts gekünstelt. Also jetzt nichts sauber geräumt. Das also. Das will ich nicht sehen. Also wer mir das. Ganz seid ehrlich. Die Wohnung will ich sehen. Ja gut. Das als kleines Special heute. Hier übrigens. Die Popfigurs. Wie auch immer die heißen. Ja. Habt ihr mal was gesehen. Was ihr sonst nicht so zu sehen kriegt. Ich hoffe dieses Video sehen nicht so viele Leute. Wahrscheinlich wird das das meistgeklickteste Video auf meinem Kanal. Ja. Hier noch mein Aufnahmeschreibtisch. Vergleichsweise ordentlich. Ein Adventskranz. Ist da auch noch. Noch nicht angezündet. Das ist auch so ein Ding. Das wollte ich eigentlich mal seit einer Weile mal an der Wand aufhängen. Bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Ja gut. Und hier. Das übliche Kabelwirrwarr. Fernseher. Ja. Däumlich nach oben. Soll es euch gefallen haben. Lasst den Abo da neu setzen. Und man sieht sich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. Ciao. effects. Das ist das.